Das heutige Community Event ist so dermaßen besonders und hat echt ein gutes Stück Aufwand gekostet. Denn, ihr könnt wieder auf streamevent.revinza.tv mitmachen, so wie immer. Ihr wisst, wie es läuft. So, sobald ihr aber jetzt hier mein Ingame gesehen habt, kommt erstmal alle auf den Server und dann reden wir weiter, oder? Können wir rein? Let's start, let's start, let's start. Okay. So, wollt ihr jetzt am Anfang jetzt schon mal einmal oder generell gleichzeitig starten? Wollen wir ein bisschen Vorlauf haben, weil du weißt, die können uns Stream snipen, ne? Ja, lass uns Vorlauf haben. Okay. Ich mach die Cam jetzt an, passt auf. Also, wir spielen heute drei Full-End-Hacker. Ja, Tobi, Yunus und ich gegen 100 Spieler. Die 100 Spieler dürfen gleich joinen, meine Freunde. Flying is not enabled on the server. What the fuck? Also, die Idee ist folgende. Wir haben ein Plug-In drauf, das ist allen Spielern quasi untersagt zu hacken. Wir drei können aber hacken. Jeder, der hier von euch hackt, wird quasi gebannt. Wir haben hier, weiß ich nicht, sowas wie Kill-Aura zum Beispiel drin. Dann seht ihr das hier, sobald ich halt irgendwie nah von jemandem bin, macht der automatisch Damage. Mit X habe ich ein X-Ray-Plug-In und so weiter und so fort. Wir haben einen kompletten Wurst-Client. Einmal Full-End drin. Die Helper gucken, wie gesagt, drauf. Jungs, wo seid ihr? Tippeet mich mal ganz kurz. Wir spielen im Survival drei Hacker versus tatsächlich ihr. Das heißt, wir sind mal gespannt, wie wir drei uns als Hacker hier gegen euch behaupten können. Ich bin echt mal gespannt, Digga. Das wird auf jeden Fall spannend. Spannend. Ich würde die jetzt schon mal einmal auf den Server holen. Ja, mach mal. Tobi, hast du schon Dias? Ja, ich gleich bin vor Dias. Man muss sagen, wenn die von uns gekillt werden, die Leute, dann sind die weg, ne? Ja, stimmt. Wenn ihr von uns gekillt werdet, seid ihr gebannt. Pass auf, ich hole mir noch ein bisschen mehr Eisen, Digga. Julius? Alter, ich habe so Luck, Junge. Die anderen Spieler kommen jetzt schon auf den Server, ne? Ja, die kommen drauf, aber sind in der Lobby noch. Die können jetzt schon kommen. Ja, dann lass sie los. Okay, Julius, wir brauchen Dias. Überall sind Spieler. Ja, ich habe schon Dias-Paar. Drück einfach X, dann hast du X-Ray an. Hast du noch ein Eisen-Pick-Ex für mich? Hast du noch Holz dabei? Äh, nein. Ich habe so viele Dias. Wie hast du? Digga, wie schnell er es abbaut? Ey, wir müssen gleich auf die Jagd schon nach Leuten gehen, ne? Digga, du wirst halt gestreamt, ne? Das ist das Problem. Julius, ich mache mir schnell eine Deer-Paar-Ex. Ach, eine Eisen-Paar-Ex, dann hole ich mir auch Dias. Ich mache mir Full-Dia. Hast du schon Full-Dia, Julius? Ja. Bist du schon Full-Dia? Ja, jetzt. Ja, bro, dann check mal, dass du mir auch schnell was besorgst, dass wir zusammen spielen. Ja, ja, easy. Schon Spieler, ne? Überall sind schon Spieler, Julius. Hast du noch Dias, bro? Zwei Stück hier. Alles wieder an. Aua, bro. Wie mache ich Speed aus? 100 Spieler. Leute, ihr könnt euch auch verbünden und sowas, ne? Ihr könnt euch im Chat absprechen. Dass die eigentlich nicht zusammenspielen, ist wirklich stupid, oder? Ja. Da unten sind auch noch welche. Ach, Spider könnte aber die auch... Digga, oh mein Gott, der macht mich, der macht mich, der macht mich. Du hast ja auch kein Schwert in der Hand. Du hast ja auch kein Gold in der Hand. Bro, ich check nicht, was hier los ist. Tobi, komm mal her zu mir schnell. Bist du da runter? Nee. Hab ihn mit Kill-Aura getötet durch die Wand. Digga, einfach mit Kill-Aura weggeholt. Wie eklig. Digga, es sind immer noch so viele da, ne? Ja, ja, wir müssen halt überlegen. Also, wir müssen halt echt jetzt langsam mal. Hast du Full-Dia jetzt? Ich hab noch mal 4. Ich hab auch noch keinen Full-Dia-Fail mehr. Weggehackt. Hab einen. Bro, wir müssen da jetzt Spieler töten. Wir müssen Spieler töten. Ja, easy, komm her. Sobald die equipped sind, sind wir Geff. Spieler hier unten? Sollen wir vor dir gehen? Guck mal hier hinten. Hier hinten. Guck mal hier hinten. Hier hinten. Warte, warte, warte. Ich will ihn holen. Ich will ihn holen. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Digga, die haben halt keine Chance. Der hat Essen gegeben. Bro, du musst nicht mal hingucken, ne? Du greifst dich auch so an. Okay, ich hab den nächsten Spieler detected. Komm her, Julius. Digga, wenn die halt... Die spielen nicht zusammen. Die spielen nicht zusammen. Das ist das Problem. Wenn ihr zusammen spielen würdet, hättet ihr wirklich eine Chance gegen uns. Ja. Jeder, der alleine rumläuft, ist nicht smart. Aber die gibt's... Ah, ne, gleich ist das schon so. Nice. Hab den anderen. Der hat Essen gehabt. Nice. Einfach kriegen wie Minecraft. Alter. Gott sei Dank hab ich ihn auch voll. Oh, same, Digga. Hab ihn. Wie viele Spieler sind noch am Leben? Ey, lass mal wieder zusammenfinden. Lass wieder zusammenfinden. Komm, wir spielen das Hecker zusammen. Ich kann nichts dafür, wenn die anderen nicht zusammenspielen. Okay, let's go. Komm. Ey, es hat bis jetzt auch keiner... Also eben wäre ich no joke fast gestorben an einem, ne? Der hat wirklich gut gehittet. Digga, wir haben halt schon ein Pull-Dier nach fünf Minuten. Das ist halt... Ich muss Dom Balvano töten. Ich muss unbedingt Dom Balvano töten. Das ist der Einzige, der meint, lass zusammen spielen. Spieler hier unter uns? Wir fahren die einen nach dem anderen ab. Seid hinter mir. Also die sind gerade auf tausend. Ja, ja. Oh, ich stehe jetzt rein, hier ist Höhle? Warte, ich komme. Pushen, 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 Jungs. Kill-Aura aus. Wir pushen die so. Ich mach den anderen, ich mach den anderen. Hallo, ich will nicht mein Gold-Opfel essen. Ich will nicht essen. Einfach mit Spider hochklettern. Digga, das ist so wild. Ganz ehrlich, die haben... Pascal schreibt, lass uns alle im Spawn treffen. Okay, Jungs. Dann gehen wir mal an den Spawn einfach. Digga, guck mal, guck mal, guck zu mir, Tobi. Digga, guck mal, er ist Fast Breacher. Ich mach noch Derp an, Digga. Oh, ja. Das sehen nur die anderen Spieler. Ja, aber ist geil, dann. Du bist ein riesiger Hacker. Du bist ein riesiger Hacker, dann. Zeig mal, Tobi, dann mal stehen. What the fuck? Warte, ich will das auch machen. Digga, ist das stupid. Digga, da oben, da oben, da oben, da oben. Hat dir jemand das Geilbeiß gebaut? Oha. Wenn der mich runterschlägt, Tobi, wenn der mich... Ey, wartet einer unten mit Water Buckets. Du hast einen No-Fall, Digga. Du hast einen No-Fall. Warte, wie weit String die World Border ist? Ähm, ich habe jetzt wieder... 10, äh, 800 runter. Wir sind gleich, wenn die Zeit abgelaufen ist, weil... Hab ihn? Hier unter uns noch ein Spieler? Direkt unter uns? Oh, ja? Okay, lass runter. Das Ding ist, sobald ihr halt alleine seid, seid ihr Lust? Oh, der ist voll dir, der ist voll dir. Vorsichtig. Oh, shit. Der ist nicht voll dir. Nevermind. Nice. Okay. Mach doch Kill. Nee, dann kill ich ja meine Hacker-Kollegen. Das will ich ja nicht. Nee, kannst du nicht. Du kannst uns nicht töten. Echt nicht? Nee, weil wir uns als Freunde haben. 46 überleben nur noch. Wo sind die? Julius, lass suchen. Was hast du grad für... Was hast du für einen Super Jump? Äh, High Jump heißt der. Warte, das will ich auch anhaben. Mega geil. Okay, lass mal hier ein bisschen scouten, Digga. Wir finden da welche. Komm, let's go. Spieler bei mir, ich hab eigentlich nicht hackt. Rombaibano ist unter mir, Jungs, komm her. Wir holen den uns zusammen. Rombaibano muss ich auf jeden Fall töten, das ist ganz klar. Hier unter uns. Der Kollege hier unter uns. Der holt sich grad nach unten, weil er gehört hat, dass wir ihn jagen. Ich muss ihn mir holen, ne? Ja, ich mach's nicht. Ganz wichtig. Ich gebe auf. Digga, der Arme, der wird grad so gejagt von drei Hacker. Digga, einfach Review-Server, wenn Admins schlafen. Oh Baby, du hast ihn gleich. Der ist auf Bedrock, der Schwanz. Der hat sich... Digga, denkt der wirklich... Bro, wir haben... Bro, ich mach jetzt Kill Aura an. Hab ihn. Digga. Kill Aura ist, glaub ich, unfair. Ihr werdet noch Spaß haben. Das sag ich euch. Warum? Hier ist ne Zehnergruppe oder so. Oh Digga. Bro, das Ding ist, wenn die ein Schild haben, wir machen denen kein Damage, ne? Oh! Die sind hier. Die sind hier. Die sind alle zusammen. Kommt her, kommt her, Tobi. Ja, du hast mich hier zugebaut. So. Oh Alter, sind das hier. Oh mein Gott. Ey, wir müssen da... Scheiße, was machen wir. Wir müssen rein, wir müssen rein. Hab einen, hab einen, geht es. Hab auch einen. Hab einen down. Ihr müsst gar nicht hinkommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Junge. Ah. Passt auf mich auf. Scheiße machen die viel Schaden. Die haben sich OP-Apfel geholt, glaub ich. Also Golden-Apfel. Oh Gott. Jungs, ihr seid Schnellleisten, ihr seid Schnellleisten. Lasst euch nicht holen. Oh, ich muss weg. Ich hab einen fast. Oh. Ich hab fast einen. Okay, einer ist dead, Jungs. Seid ihr weg? Hier, einer fast down. Hab einen down, hab einen down. Oh Jungs, ihr müsst auch fast. Einer ist wieder dead. Noch einer dead. Hab gleich einen. Hab einen. Noch einer dead. Nice. Noch einer dead. Oh mein Gott, die haben Lava. Noch einer dead. Ja, wir holen sie alle. Oh mein. Fabinator, er hat die ja. Fabin. Hab den anderen. Hier ist noch einer. Hab noch einen. Leute, ihr braucht mich weglaufen. Shieldbreak. Boom. Boah, Junge, stark. Und dead. Alle dead. Boah. Holy shit. Junge, 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 Junge. Die haben wir so hoch genommen, Alter. Man, wir sind echt die besseren Spieler. Wenn die sich einen von uns ausgepackt hätten, hätten die mindestens einen geholt. Die hätten nicht abhauen dürfen. Die hätten nicht abhauen dürfen. Die hätten einen von uns. Weil sie sind faktisch schneller. Verluste mäßig hätten die. Wir sollen mal einen gewinnen, scheiße Hacker. Digga, ich verstehe das überhaupt nicht. Man kann sich so schnell hochbauen. What the fuck. Digga. Wie heißt das? Scaffold Walk? Was ist das? Springen wir einfach nach oben. Der baut automatisch Blöcke unter dir. Unter uns noch einer. Ich hol mir den. Achtung, der ist der Narbe. Der Narbe, Vorsicht. Geht von mehreren Seiten, dann hat er keine Chance. Nice. Geistes Down. Also die machen schon gut Damage. So ist es nicht. Oh, hier ist einer. Den hole ich mir. Hier wird sowas von Schild gebrakt. Warum laufen die weg? Ich will einfach nur weg. Bro, ihr könnt nicht weg, wir haben Speed Hack. For real, wie soll man ihn gewinnen? Ey, die 10er Gruppe eben nochmal. Die haben eben Lava geplaced und Schilde gehabt. Hätten die sich einen von uns ausgepickt, wäre einer safe down gewesen. Auf jeden Fall. Oh nein. Tobi. Ja, ich sehe ihn. Weißt du, was wir machen? Wegen dem Scaffold nicht da hoch, sondern? Wegen dem Spiderman da hoch. Von drei Seiten. Das war's. Wiederschauen und reingehauen. Was? Was? Hat der NoFold? Hat der auch reingehackt? Hat der nicht tot? Oh ja. Baby. Hab einen. Oh Baby, hier sind welche. Das ist dumm. Ihr müsst euch, die dürften nicht aufteilen. Das ist einfach noch ne Rüstung. Ja, sobald mal die ersten Hits. Oh, ich komm mal nicht runter. Hab einen, ich down. Hab ihn down. Noch einer bei dir. Auch weg, auch tot. Nice. Digga, ich break dich auch mit Shield, Junge. Oh. Hab ihn dead. Er hat gerade Lava gesetzt. Ah! Der da hinten. Tobi mit der Lava, Tobi! Oh 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 oh. Hälfte dich. Ey, da geht einer hoch. Ihr wisst, was das heißt. Oh Maxim, das war ein Fehler. Digga, wir klettern ja auch einfach schneller als der. Digga, der ist so tryhard, der Bro! Ist der in Wasser gehalten? Der hat sich überlegt. Oh, die kaputt. Man trägt so viel Schaden. Bro! Ey, der ist der Tank. Der ist der Tank. Der ist der Tank. Der ist voll enchanted. Der ist voll enchanted. Der hielt sich. Ich glaub, der hat einen krassen Abflug. Haben wir den? Nächsten da vorne. Nächsten da vorne. Okay, Digga, ich take jetzt hier die drei alleine. Scheiße drauf. Ah! Digga, die sind mit Lava am Start. Das ist richtig eklig. Mal eins gegen drei, mal gucken. Junge. Digga, die haben so viele Lava-Eimer. Er versucht die ganze Zeit mit Lava-Damage zu machen. Ich verrägte selbst an Lava, oder? Hab ihn. Digga, das ist so smart, dass ich mir ne Axt gemacht hab. Das ist glaub der letzte. Ja... Einen müsste noch. Julius wurde als normaler Spieler gezählt. Nein, nicht mich töten! Okay, also einen Spieler gibt's noch. Okay, Hacker-Battle. Wie unfrienden wir ihn? Okay, wir können Punkt-Friends. Remove all. Ah! Oh mein Gott! Oh, Baby! Fetzt ihr gerade? Der gewinnt. Zuck ein Schild. Oh Gott! Oh, süß! Hey! Ich kämpfe noch gar nicht mit. Warum kassier ich denn so? Ah! Nein! Oha! Digga, soll ich dich fetzen, Revi? Ja, natürlich fetzt du mich, weil du die beste Rüstung hast, du Knecht. Ah! Halt's auf! Was machst du, du Idiot? So, jetzt komm her. Was? Was war das? Komm her! Komm her! Bumm! Boop! Ah! Wow, einfach werden kämpft. Ich übertreib her, ich lass das! Du nehmst keinen Schaden! Warum nimmst du keinen Schaden? Ich nehm doch Schaden! Warum? Oh Baby! Oh Baby! Oh Baby! No! Juhu! Ich bin der beste Hacker! GG's Leute, GG's, wildes Community-Event auf jeden Fall Ich bin an der Stelle raus Macht's gut, haut da rein, bis denne Und wir sehen uns am morgigen, übermorgenen Tag wieder Kuss, vielen Dank